Der Feldberg im Hochschwarzwald. Hier liegt nicht nur das größte Skigebiet Deutschlands sowie eine beeindruckende Naturlandschaft, sondern auch eine Unterkunft der besonderen Art. Das Ferienhaus an der Hasslach bietet auf knapp 300 Quadratmetern Gesamtfläche unvergleichbar preiswerten Luxus und eine Ausstattung der Extraklasse. Bis zu 18 Personen haben hier Platz, ideal für Gruppenurlaube mit Familie oder Freunden. Im Haus selbst finden Sie eine besondere Auswahl an Möbel und Einrichtungsgegenständen. Eine Kombination aus moderner und Tradition bietet zeitlosen Charme. In der Sauna, dem Whirlpool oder auf der Massageliege sind Gäste herzlich eingeladen, sich im Wohlfühlambiente verwöhnen zu lassen. Im Preis inbegriffen ist für jeden Gast die Hochschwarzwald-Card, die sie zur kostenlosen Nutzung von über 70 Attraktionen berechtigt. Günstiger Luxusurlaub im idyllischen Hochschwarzwald, der keine Wünsche offen lässt. Das ist das Ferienhaus an der Hasslach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.